Sie haben an diesem Montagmorgen Papst Franziskus im Vatikan getroffen und danach auch den vatikanischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Wie waren diese Treffen für Sie im Vatikan? Es waren natürlich sehr erfreuliche Gespräche, weil nicht überall, wo ich hinkomme auf der Welt, bin ich immer mit meinen Gesprächspartnern im Wesentlichen einig und verfolgen wir die gleichen Werte und die gleichen Vorstellungen. Das ist aber sicher so, wenn ich in den Vatikan reise. Ich denke, wir machen uns beide Sorgen über die Spaltung von Gesellschaften, über die tiefen Spaltungen, welche Konflikt, Krieg und Gewalt hervorgebracht haben und die Notwendigkeit, den Leuten, die davon betroffen sind, den Migranten, den Vertriebenen, der Zivilbevölkerung zu helfen. Und das sind doch Anliegen, die uns sehr nahe auch an die Grundvorstellungen des Vatikans und der katholischen Kirche bringen. Papst Franziskus betont in seinem neuen Schreiben, in seiner neuen Enzyklika Fratelli Dutti, die Bedeutung der globalen Solidarität. Inwieweit deckt sich das auch mit der Linie des Internationalen Roten Kreuzes? Ich denke, einer der Slogans des Roten Kreuzes waren ja die Dutti Fratelli, was die Frauen von Castiglione und Solferino, als sie den Verwundeten auf dem Schlachtfeld im 19. Jahrhundert 68 geholfen haben, als Slogan genommen haben. Und das ist doch ein Indiz dafür, dass wir es zu unterschiedlichen Epochen immer wieder mit denselben Problemen zu tun haben. Und ich glaube, die Hauptsorge, die bleibt, dass wir heute immer mehr in geteilten Gesellschaften leben, wo Ungerechtigkeit, Armut, Ausschluss von Bevölkerungen das dominierende Thema sind, wo Länder und Politiker in Praktiken involviert sind, welche die Gesellschaften teilen, anstatt sie zusammenzubringen. Und gegenüber diesen Problemen hat der Papst in seiner Enzyklika doch eine andere Vision entworfen, mit der wir uns in unserer Arbeit immer wieder finden. Das Internationale Rote Kreuz steht vor vielen Herausforderungen. Wie ist denn die Hilfssituation im Zusammenhang auch mit der aktuellen Pandemie? Ich glaube, Covid-19 hat viele Probleme, die wir festgestellt haben, beschleunigt und akzentuiert. Im IKRK haben wir uns darauf konzentriert, jene Programme zu priorisieren und zu privilegieren, welche direkten Einfluss, sei es präventiv oder kurativ, auf Covid haben. Wir haben unsere Programme rund um Gesundheit in Spitälern, aber auch unsere Wasser- und Hygieneprogramme privilegiert. Wir haben neue Hygienemassnahmen, insbesondere in Gefängnisse, hereingebracht. Und wir haben in dem Sinne versucht, zu beschleunigen, was wir ohnehin getan hätten und was präventiv wirkt bezüglich Corona. Das Grundproblem bleibt, dass wir heute durch Corona letztlich ungerechtere Gesellschaften produziert haben in den letzten Monaten. Sie haben vielleicht gesehen, dass die Weltbank von über 100 Millionen neuen Armen spricht, die unter die Armutsschwelle gefallen sind. Das sind Tendenzen, die uns stark beunruhigen, weil sie einfach zeigen, dass die Probleme exponentiell wachsen und unsere Möglichkeiten zu helfen, nicht im gleichen Ausmass auch vorhanden sind. Vor 150 Jahren hat Henri Dunant das Rote Kreuz in Solferino gegründet, im Norditalien, in einer Kriegssituation. Wo sind denn die heutigen Solferinos auf der Welt? Also wo hilft das Rote Kreuz? In welchen Kriegsgebieten? Wenn ich die Konflikte ansehe, die Kriege heutzutage. 40 Prozent unserer Aktivitäten sind in Afrika mit Schwerpunkt Sahel, Tschadsee, Sudan, Horn von Afrika, aber auch Libyen oder der Kongo. 30 Prozent und mehr sind im Nahen Osten, sind in den Konflikten um Syrien, Irak und Jemen, die uns außerordentlich beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch andere Regionen auf der Welt, von der Ukraine zu Nagorno-Karabach, zu Afghanistan oder Lateinamerika, wo wir präsent sind. Als IKRK fokussieren wir uns natürlich auf die Auswirkungen von Krieg und Gewalt. Aber als Rotkreuz- und Rothalbmundbewegung engagieren wir uns natürlich gerade auch für diese Vision einer gerechteren Gesellschaft, einer sozialeren Gesellschaft. Und das ist ein Anliegen, das die nationalen Gesellschaften des Roten Kreuzes ja in die Welt hinaustragen und welches das IKRK durch seine spezifische Arbeit rund um Gewalt und Konflikt unterstützt.